Moin moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Heute wieder, ja, hier in der Grube, so wir haben es fast 6 Uhr. Und ich habe mich hier in der Nacht so ein bisschen eingebuddelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, ähm, oder eingebaut, eingebuddelt. Ich muss jetzt mal so sehen, wie ich hier wieder rauskomme. Ach, klar, da oben geht's raus. Also mal gucken, ich habe mich wundert so ein bisschen. Ich habe die ganze Nacht über, habe ich hier unten in dem Loch gebohrt. Alles, was hier unten jetzt quasi noch schwarz ist. Was ja schwarz ist, was ja grau ist. Das war alles voller Nitrat. Man sieht das hier nochmal so ein bisschen. Ja, hier ist noch ein bisschen was. So, so ein bisschen. Hier ist immer noch überall ein bisschen was. Also dann müssen wir nochmal ein bisschen mehr bei. Hier ist ja auch noch ein bisschen was. Äh, das müssen wir alles nochmal abfarmen. Aber, wie ihr seht, es hat sich gelohnt. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, 5,5. 5,5 Stacks Nitrate. Jetzt haben wir gerade noch, äh, neben dem Nitrat, äh, noch ein bisschen Eisen gefunden. Und, äh, deswegen haben wir da auch nochmal eben mal 2 Stacks runtergefahren. Äh, hier, ähm, Stein haben wir auch noch ein bisschen Kohle. Weiß ich gar nicht, wo ich das her habe. Die Kohle, wo ich die her habe, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das muss ich jetzt mal eben kurz nach oben kurz, äh, mal gucken. Mich wundert es, und das wollte ich eigentlich gesagt haben, dass in der Nacht sind keine Zombies gekommen. Nicht ein Zombie. Das hat, glaube ich, also zumindest, habe ich nichts, äh, zumindest habe ich nichts gehört. So. Zumindest habe ich nichts gehört. Das wundert mich so ein bisschen. Also, gerade so bei dieser anderen, äh, Mine, wo wir ja in der letzten Folge ja gewesen sind, da hat man es ja gesehen, dass da so wahnsinnig viele Zombies immer gekommen sind. Oder sind immer wieder Schreier-Zombies gekommen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was mit dem Areal hier zu tun hat, oder ob die eher nachts nicht so aktiv sind. Also eher nur so tagsüber. Dann hätten sie jetzt aber auch schon kommen müssen. Also, das ist so ein bisschen, so ein bisschen merkwürdig. So. Äh, ich habe ja jetzt noch von der letzten Folge noch ein bisschen Kohle da. Ich habe jetzt eben halt noch ein bisschen Nitrat da. Das würde ich jetzt ganz gerne erst mal, einmal in die Forge schmeißen. Äh, die stimmen gar nicht. In die Chemical Station schmeißen. Und, haben wir da überhaupt noch was drin? Ne, ne? Äh, ne, da war nichts mehr drin. Okay, alles klar. Dann würde ich nämlich ganz gerne mir nämlich noch Beton schnappen und dann gleich anfangen, noch ein bisschen zu bauen. Dass wir da mal den Grab ein bisschen weiter bauen, da wir ja nun die Möglichkeit haben, weil der Grab ja an sich komplett fertig ist, aber eben dann nochmal ausgestattet werden muss mit Betonklötzen. Dann machen wir das natürlich dann auch nochmal. Und dann werden wir wahrscheinlich mal in der kommenden Nacht da oben mal, äh, bei Kohle weitermachen. So. Ähm. Einmal Crafting. So, dann haben wir hier einmal Kohle. Wo hatte ich denn hier? Ich hatte hier auch noch... Ach so, ja, jetzt weiß ich. Ich hatte doch noch ein bisschen... Jetzt weiß ich, ich hatte doch noch ein bisschen, äh, Munition hergestellt. Richtig. Äh, nicht Munition hergestellt. Äh, Schissprobe hergestellt. Richtig. So, guck mal, hier haben wir nämlich dann noch ein bisschen was. Ah, ich gucke das natürlich die ganze Zeit weiter. Das ist natürlich auch nicht so gut. Äh, so. Einmal ein bisschen... Zehn Minuten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Schießpulver hier rausging. Leider Gottes haben wir das noch nicht freigeschaltet. Dafür brauchen wir Sprengmeister. Äh, ich weiß nicht, ab wann das gilt. Äh, Nachhaltgeschwindigkeit. Chance auf Zerstückelung. Fertig, Robo umdecken. Koch. Kochtopfminen. Ach, guck mal, das könnte man vielleicht auch mal angehen. Dynamit, Radkappe. Granateneffiziente Stapel Schießpulver. Da müssen wir also auf drei müssten. Wir Wahrnehmung fünf. Äh, Schaden um zehn Prozent. Nachhaltgeschwindigkeit erhöht den Schaden um zehn Prozent. Nachhaltgeschwindigkeit um 15 Prozent. Die Zielgeschwindigkeit um zehn. Gewähr die Chance auf zehn. Das ist insofern auch nicht schlecht, ne, Sprengmeister? Können wir ja mal... Können wir ja mal machen. So. Und dann hauen wir auf jeden Fall uns erstmal ein bisschen Schießpulver rein. 7.360. Zack. 98 Minuten. 98 Minuten. Dann machen wir das mal auf knapp 100. So. Äh. 98. 97. Achso, okay. Warten. Hier. So. Diesmal. Da können wir das nämlich auch schon mal so langsam angehen. Und wir brauchen Munition. Dies brauchen wir und dies brauchen wir. Und dann machen wir nämlich gleich 7.62er Moon. So. Können wir zumindest 135 Schuss schon mal craften. Und ja, ihr seht ja selber, ne? 320 Schwülsen ist jetzt nicht so viel. Müssen wir natürlich noch mal gucken. Und wie schaut's hier aus? Okay. Packen wir das erstmal da rauf und schmelzen noch gleich Messing mit ein. Äh. Dann mal so. Das wenigste ist, glaube ich, das. Was haben wir gleich weg? Dann können wir gleich noch mal ein paar Messinghülsen mit einschmelzen. Dann schnappen wir uns gleich noch ein paar... Okay, haben wir nicht mehr schade. Okay, dann müssen wir noch ein paar von den Frames gleich noch machen. Äh. Stahlgerüstblöcke. Ähm. 200? Machen wir mal 200 fertig. So. Jetzt mal 200 Stück davon. Hier bin ich mir noch gerade dabei, Eis noch einzuschmelzen. So. Einmal dich mit rein. So. Zack. Ähm. Ach egal, lassen wir es mal so, oder? Ich sortiere das einfach einmal. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher insgesamt. Ja. So, können wir noch ein paar Frames machen in der Zwischenzeit. Nitrat schmeißen wir erstmal hier wieder mit rein. Da ist so viel Nitrat, ne? Wir brauchen aber auf jeden Fall noch Holz. Ihr seht ja, was wir hier noch an Holz überhaben. So, dann nehmen wir das gleich mit, wenn wir schon mal dabei sind. Ähm. Zack. Werkzeugteile. Dann brauchen wir dich einmal. Ich brauchen wir insofern auch gleich nochmal für Holz. Aber das machen wir nachher später. Das mache ich außerhalb der Folge. Was ist hier noch schon drin? 15.000, schön. Zement, zack, zack. So. Wir brauchen mindestens 26 Minuten für. Machen wir mal wieder eine Stunde rein. So. Brems halt hier auch nochmal 18 Minuten. Da können wir auch nochmal auf eine Stunde raufgehen. Auf eine Stunde. Und hier müssen wir eigentlich auch schon soweit fertig sein. Siehst du? Gut. 400. Dann machen wir mal, äh... Tongmaschunk. Hä? Wieso nicht? Sand. Hä? Sand und Stein? Hattde ich in die Sand und Stein gerade? Hier habe ich wieder reingeschmissen. Glaubst du dich nicht? Zack, zack. So. Nochmal 445 in Produktion. So, da haben wir erstmal hier ein bisschen was. So, zack, zack. Das ist da rein. So, jetzt ist das da rein. Machen wir noch eine Minute sieben. Dann teilen wir das gleich wieder auf. Dann können wir auch langsam mal auf uns auf den Weg machen. Dass wir noch ein bisschen was gebaut kriegen heute. So. So, da ist ein bisschen was, da ist ein bisschen was. Gut, Blei können wir natürlich auch noch einschmelzen. Aber Blei haben wir erstmal. Haben wir, naja, 1000. Na, 1400. Das reicht erstmal. Schwarzwaldpulver. So. Hier wird auch schon wieder ein bisschen Munition gecraftet. Ich möchte die ganze Kiste voller haben. Voll, voll Munition haben. Sehr schön. Schön. Schön, lecker. Schießpulver craften. Sehr schön. Geil. Jo, das ist auch gleich fertig. Sehr schön. Ach ja. So, Werkzeugteile. Stahlwerkzeugteile. Motorwerkzeugteile. Wollte ich mal ganz kurz gucken. Ja, boah. Ja, der fehlt immer noch, ne? Oder Schlagschrauber. Ach, Bauplan. Schlagschrauber. Ja, Bohrer Fünfer. Mh. Geil. Das wäre so sexy. Ah, ja, gut. Schlagschrauber. Schlagschrauber. Und hier. Weil ich ja nun mal so doof war und die Ratsche auseinandergenommen habe. Naja, vielleicht haben wir ja mal Glück, dass wir vielleicht mal wieder beim Händler eine finden. Oder das Rezept dafür finden. Das ist ein Rezept, welcher ist schon zufrieden. Ich muss ja nicht immer alles fertig gleich haben, sondern ich baue mir die Sachen ja auch gerne. So ist ja nicht. So. Einmal das und einmal das. Und mich dann hier auch Eisen gemütlich einschmelzen. So. Stein haben wir jetzt auch erstmal wieder sauber da. Das ist gut. Obwohl, dann können wir auch gleich mal ein bisschen nachlegen. So. Alles klar. So. Die Schmieden dürfen nicht stillstehen. So ist das halt. So. Ein bisschen was essen und trinken können wir noch. Erstmal was essen. Äh, was trinken. Und dann. So. Einmal den rein. Einmal den rein. Dann schmeißen wir hier nochmal die Gläser rein. Ein bisschen Scham. Züppchen rein. Ist da, da läuft die Kiste doch. Gut. Äh. Da, 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 da. Na. Echt. Na. Aus. So. Noch 11 Sekunden. Dann nehmen wir gleich die 200 Frames mit. Die 200 Frames nehmen wir gleich mit. So. Sehr schön. Prima. So. Das wird eingeschmolzen. Das sieht auch momentan wieder richtig gut aus. Können eigentlich schon mal Stahl herstellen, oder? Komm, wir stellen schon mal Stahl her. Schmiedeter Stahl. 749. Alter Schwede. Das ist eigentlich, äh, 749, 770. Äh, wir machen mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Stahl war das pro Block zum Aufwerten? Sind die auch 20, ne? Hm. Machen wir sonst noch 400. Puh, 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 puh. Das ist das. Da brauchen wir noch so viel Eisen. Aber gut. Es ist ja auch kein Problem. Ich meine, das, was wir bis jetzt an Minen aufgemacht haben, wir haben, keine Ahnung, drei, vier Minen maximal aufgebaut. Ne, also von daher, äh, puh, puh. Also von daher ist das eigentlich alles, äh, alles easy. Ne, also die Map ist so groß, da kriegen wir so viel Material raus. Das ist eben halt nur immer die ganze Arbeit. Loszulaufen, wieder wegzufräsen alles. Alles hier einzuschmelzen, alles wieder umzupraften. Das ist eben das, was Zeit kostet, ne? So, wir müssen auch mal wieder hier an die Beete bei. Ihr habt ja unten gesehen, wir hatten schon wieder über 80 Schümmelfleisch. Also von daher sollen wir da vielleicht auch mal ein bisschen weitermachen. So, dann machen wir hier vorne hin. So, sehr schön. Ah, herrlich, ne? Ah, wunderbar. Siehst du, guck mal, dann können wir hier nämlich jetzt erstmal wieder ein bisschen weitermachen. Ich werde erstmal die Rand, ein bisschen halt die Ränder machen, damit wir hier die Säulen und sowas alles mal fertig machen können, so wie hier, so eine Art. Damit wir hier die Ecken haben. Achso, da haben wir schon die Ecken ausgegossen, das ist gut. Guck mal, hier ist auch noch so viel Eisen. Mal gucken, ob wir das irgendwann nochmal angehen, aber ich glaube nicht. Wir haben ja, wie gesagt, so viele andere Eisenminen. Das ist schon alles, das ist schon so gut genug. Guck mal, hier sowas. Achso, ja, stimmt. Sowas hier meine ich. So, dann kommen wir mich da an, mich einmal hier... Hä? Achso. Kaputt. Achso, dann haben sie mir das kaputt gekloppt. Okay, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Gut, dann müssen wir das nochmal reparieren. Aber Hauptsache, da ganz unten ist es jetzt mal fertig. Das ist schon mal ganz okay. Dann machen wir den Rest der Säule später. Was für ein Aufwand immer, ne? Und dann eben halt so ein bisschen... Ein bisschen bauen, ein paar Sachen hinsetzen und dann hast du wieder alle Frames weg. Da hast du aber so viel Material dafür gebraten. Wobei, die gehen ja eigentlich noch. Also diese Stahlgerüstblöcke, die gehen ja eigentlich auch noch ganz gut. Die sind ja auch nicht so teuer und die sind recht schnell hergestellt. Die waren früher mal wesentlich teurer. Oder meine ich zumindest. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel die früher gekostet haben, aber das war schon mal wesentlich intensiver. Heutzutage kann man die wirklich relativ entspannt herstellen. So, ja, dann würde ich mal sagen, dann machen wir mal voll. Die Wände können wir, glaube ich, ein bisschen später machen. Ich würde ganz gerne erstmal den Boden fertig machen. Vor allem, lasst uns mal den Boden erstmal hier fertig machen, weil ich dann hier dann tatsächlich diese Blades, die ich noch machen möchte. Ähm, machen wir erstmal hier so fertig. Scheiße, jetzt hatte ich den Blades natürlich nicht mitgenommen. Ich wollte die einfach mal, mal gegenhalten und mal gucken, wo wir die am besten hinstellen. Aber hier wäre das, glaube ich, ganz angebracht. Weil die kommen ja schon, die kommen ja schon ganz gut darüber. Ich wollte auch noch überlegen, ob ich das hier hinten auch noch ein bisschen umbaue. Den Zugang. Also da gehen sie jetzt tatsächlich durch den Gang, gehen sie ja tatsächlich auch durch. So ist es ja nicht. So. Ich glaube, wir machen es mal gerade hier komplett. Das ist ja auch noch mal. Das ist ja in etwa. So, dass wir so die erste Angriffsfläche erstmal fertig haben. So. Ach, geil, ne? Das sieht immer schön aus, wenn du so riesen Flächen fertig kriegst. Ah, das ist hell. Äh, ja. Okay. Ne, also ich würde das dann so machen. Die laufen hier runter und setzen wir da vielleicht ein Blade hin, da ein Blade, da ein Blade, da ein Blade. Dann hätten wir vier. Und man könnte die vielleicht ringsrum noch einmal setzen. Dass wir sie immer hier auf diesem Block setzen. Immer auf den hier. Immer mit vernünftig Abstand. Sodass, wenn sie da durchlaufen, sie richtig schön weggefräst werden. Und den Rest machen wir mit Spikes. Das würde ich mal so sagen. Das wäre jetzt erstmal so die erste Idee. Können wir ja sonst keine Maul in die Blades. Dann können wir uns das mal angucken. Guck mal, was es auch an XP gibt, ne? Fast 20.000 XP mal eben generiert, nur wegen so'n Scheiß. Äh. Ehrlich. Geil. Es nimmt so langsam Form an. Es nimmt so langsam Form an. Wir kommen voran. Dann müssen wir natürlich die Inneren hier auch nochmal aufwerten. Die sind jetzt momentan nur einfach. Aber ihr seht ja auch, auch wenn die Zombies hier die ganze Zeit rumgelaufen sind. Die haben kaum Schaden gemacht. Gut, hier sieht man ab und zu mal so'n bisschen was, ne? Aber das steht ja nicht im Verhältnis. Das steht ja nicht im Verhältnis zu dem, was wir sonst hätten, wenn sie direkt angreifen können. Ja, den Boden könnten wir vielleicht sogar schon fertig kriegen. Und dann wäre die nächste Mission alles mit Stahl aufwerten. Naja, theoretisch, also wenn man es darauf anlegen würde, würde ich es tatsächlich machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das hier alles aus Stahl mache. Also was ich aus Stahl machen werde, ist die Brücke und den Bereich da oben. Übrigens, ach ja, was mir noch einfiel. Ich bin am überlegen, ob ich das wieder abbaue da oben und mir da diese, wie heißen die, die Rammböcke baue. Ob ich mir da diese Rammböcke hinsetze und dann mal gucken, ob ich, ja, ob das Sinn machen würde. Oder wo wir generell Rammböcke da hinsetzen können. Aber ich glaube, die sind auch recht zweckmäßig. Also da können wir, glaube ich, auch schon einiges mit machen und einstellen. Muss mal gucken, ob ich die Rammböcke auch selber bauen kann. Ich brauche auch dafür Robotikteile. Aber ich glaube, davon habe ich noch nicht so viele. Achso, das war reparieren. So, wie viel haben wir noch? Guck mal, hat fast genau hingehauen. 108, gut, okay, hier haben wir da noch ein bisschen was über. Ja, okay, dann auch ein bisschen. Also so ganz fertig kriegen wir das wahrscheinlich nicht. Aber so gut wie fertig. Ah, siehst du mal. Sehr schön, jetzt haben wir den Boden fertig. Wie geil ist das denn bitte? Ja gut, der Boden ist fertig. Der Boden ist auf jeden Fall fertig. Sehr schön, guck mal. Dann kann das nämlich schon mal in Ruhe weg trocknen. Dann können wir hier eben noch mal den Part fertig machen. Das sollten wir, glaube ich, mit als nächstes machen. Weil das ist eigentlich so die Mauer, die sie am ehesten angreifen. So, da machen wir mal. Zeig, zeig. Beziehungsweise da wollten sie immer ganz gerne mal angreifen. Und dann haben wir die Mauer sogar auch schon fertig. So, dann können wir eigentlich die restlichen Frames hier schön lecker verbauen. So, dann können wir das auch noch mal alles fertig haben hier, ne? Oh, meine Fresse. Geil. Und wieder ein Fertigkeitspunkt dazu gewonnen. Geil. Okay, das war's. Und schon wieder alles an Beton mal eben verrotzt. Na. So. Kommen wir. Kommen wir. So. Sehr schön. Da haben wir alles voll. Da haben wir alles voll. Achso, hier müssen wir noch. Na, die haben sich wieder ein paar kaputt gehauen. Das ist aber nicht so dramatisch. So. Da werden wahrscheinlich auch ein paar kaputt sein. Müssen wir uns gleich mal... Müssen wir gleich mal dran denken, dass wir uns gleich nochmal ein paar Eisenbarren mitnehmen. Damit wir den Kram hier reparieren können. So, da haben wir noch 90. Ob das hier reicht? Na. Hier wollte ich... Ich weiß nicht, ob ich hier noch zumach. Aber... Ah, nee, das geht ja gar nicht mehr, ne? Nee, komm, dann lassen wir das. Okay. Ähm... Ja, okay, komm. Hol... Ja, doch. Wenn wir dran denken, dass dahinter nämlich noch ein Block ist, deswegen lasse ich den mal offen. So, siehst du mal. 45 Stück haben wir noch über. Aber ansonsten sieht das schon sehr gut... Na gut, das heißt 45 Stück haben wir über. Die müssen wir eigentlich noch wegreißen. Obwohl, dann haben wir ja... Brauchen wir ja keine Platten mehr. Siehst du mal, dann könnten wir uns vielleicht doch nochmal ein Stückchen Rampe oder sowas bauen. Oh, geil, oder? Das sieht mal... Das sieht doch schon mal geil aus. Nur ein bisschen Beton noch. Und dann haben wir es. Gut, was wir vielleicht noch machen werden, hier außen, da werden wir vielleicht noch ein bisschen was tun. Weil das ist... Da sieht man ja, das sieht ein bisschen schade aus. Ähm... Und was ich hier ganz gerne machen wollen würde, wäre so eine Rampe nach oben. Eine Rampe nach oben über so einen kleinen Steg und dann wieder nach unten. So ähnlich so der Pyramide, die wir mal gebaut haben. Aber vielleicht ein bisschen simpler aufgebaut. Damit wir so ein bisschen mehr Lauffläche für die Zombies haben. Was weiß ich, vielleicht so Rampen von außen. Und wie sie dann runterlaufen, sodass wir so ein bisschen... Ja, ich will nicht so ein Parcours, aber sowas ähnliches wie ein Parcours. Also was weiß ich, so ein... Damit die halt ein bisschen Laufweg haben, die Zombies. Damit wir auch Zeit haben, die Zombies so ein bisschen wegzufräsen auf ihrem Weg. Ja, das wäre so die dahinter. Oh, sehr schön. Ähm... Das ist ja wieder mal... Das ist ja wieder mal ein Bau, ne? Also ich meine, ich sag ja... Jedes Mal nehme ich mir vor, Bau klein. Bau, äh, äh, übersichtlich. Ne? Dass du nicht so viel Material brauchst. Dass du nicht etliche Folgen brauchst, um zu bauen. Und naja, ähm... Ähm... Ja. Und dann stehst du hier wieder. Mit so einem riesen fetten Bau. Oh, herrlich. Na, das macht aber auch Spaß. Das ist ja nicht, ne? Und wenn man nach zwei, drei Folgen, jetzt mal übertrieben gesagt, nach zwei, drei Folgen mit Bauen fertig wäre, dann wäre das ja auch langweilig. Da machen wir uns nichts vor. So, sehr schön. Sehr schön. Wie schaut's bei dir aus mit... Äh... Mit Benzin? Guck mal, wir haben 829 von 1000. Haben wir noch voll. Da können wir mal wieder nachtanken. Und wir brauchen übrigens noch, äh, Motoren. Wir brauchen noch Motoren. Ich wollte noch... Wir brauchen noch, äh... Ach, wir brauchen noch diverse Motoren. Wir brauchen noch Motoren für zu Hause, für den Generator, damit wir auch zu Hause Strom haben. Und ich bin überlegen, ob wir hier nämlich dann auch noch einen zweiten Generator setzen, damit wir einen zweiten Generator haben für die Blades. Müssen wir mal gucken, wie das... Wie das näher ausreicht. So, dann gehen wir nochmal nach Hause, holen uns nochmal kurz die Blades und dann schauen wir uns das nochmal eben an. Ich weiß zwar nicht, wo ich die Blades gerade gelagert habe, aber die müssten zu Hause irgendwo rumfliegen. Und dann können wir uns das mal angucken, wie viele wir davon tatsächlich näher brauchen. Weil ich weiß jetzt auch nicht, wie viele die ziehen. Aber wir werden das nachher, glaube ich, auch so machen, dass wir die Blades so einspeisen, dass nicht alle auf einmal laufen, sondern dass immer die laufen, wo der Bewegungsmelder entsprechend anschlägt. Weil ich glaube, die Bewegungsmelder, die kann man ja auch so einstellen, dass sie eine gewisse Nachlaufzeit haben. Das heißt, wenn der Bewegungsmelder einmal angelaufen ist, dann kannst du ihn auch, was weiß ich, für zwei Minuten nachlaufen lassen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Dann könnte man das nicht so steuern und müsste nicht die ganze Zeit alle Blades laufen lassen. Wo hatte ich das? Unter Mods? Nee, irgendwo da unter Bauen. Wo hatte ich die gesetzt? Oh nein, unter Strom habe ich die gesetzt. Natürlich, klar habe ich sie unter Strom gesetzt. Ist auch ganz klar. Wo sollen die auch sonst hingehören? Also, jetzt brauchen wir noch Bewegungsmelder. Haben wir eigentlich alles klar für Bewegungsmelder? Wahrscheinlich, ne? Bewegungsmelder, Bewegungsmelder, Sensoren, Bewegung. Eisen brauchen wir? Ja, da easy peasy. Davon bauen wir vier Stück. Und dann werden wir die entsprechend anbringen. Und das dann auch entsprechend steuern. Das können wir mal machen. Das sieht auch schon gut aus. Das nehmen wir auch gleich mal mit, wenn das schon fertig ist. Das können wir auch schon wieder zack. Okay, wunderbar. Das läuft. Stahl. Können wir uns auch gleich nochmal angucken, ganz kurz. Achso, einen Eisenbarren brauchen wir noch mit. Wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal hier sind, dann brauchen wir auch gleich das Eisen noch mit. Können wir gleich nochmal ein bisschen reparieren. Ich muss jetzt zwar nicht 281 Sachen mitnehmen, 281, ähm, 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 Eisen, ähm, Eisen, äh, geschmiertes Eisen. Aber falls wir noch ein bisschen mehr reparieren müssen, da können wir wenigstens dann gleich die Säule noch fertig machen. Das ist doch ganz gut. So, gucken wir uns das nochmal ganz kurz an. Oh lalala. Okay, wo hast du dein Kram geworfen? Ah, da hinten. Okay. Einmal kurz in der Richtung. In der Richtung. Äh, ja, so in der Richtung. Wenn wir jetzt mal hier so schauen. Vielleicht irgendwo hier. Eher so da hinten. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir mal ganz kurz einen Break. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Und da kommt eine Horde. Und, ähm, dann sehen wir uns in diesem Folge 7 Days to Die wieder, wenn wir uns mal den Schatz mal angucken. Was ist denn Schatz, äh, den Airdrop? Also, ähm, bis gleich. Sozusagen. Bis dann. Tschüss. 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 安, Tschüss. Tschüss. Tschüss.